Brainiac hat Atlantis gestohlen. Dafür sollte ich ihm dankbar sein. Aber das war nicht genug. Arthur Currys Reich musste aus der Geschichte verschwinden. Vergessen. Für immer fort. Ich fand genau den richtigen Ort. Bewacht von den wildesten Raubtieren dieser Erde. Einst tötete Arthur Curry meinen Vater. Jetzt tötete ich sein Reich. Und es bleibt mir nur noch, den König selbst zu töten. Erst dann wird der Mord an meinem Vater vergolden sein. Erst dann werde ich ruhen. Und was tut Aquaman? Tritt er vor, um sein Volk zu rächen? Nein. Er versteckt sich hinter Aliens und Amazonen. Soll er? Das wird ihn nicht retten. Gemessen an diesem Alien-Freak Brainiac sind diese Dino Fischfutter und ihren Tod verdammt die Welt Black Manta.